Hallo Rolf. Hallo zusammen. Was machst du hier im Kupferdächle? Ich bin hier im Kupferdächle Kulturmanager. Ach so, Veranstaltungen. Work hard, party harder. Ja, Veranstaltungen, Work hard stimmt auch, Party stimmt auch. Auf jeden Fall tolle, spannende Veranstaltungen, wo man, denke ich, sehr eng miteinander auch in Verbindung bleiben muss. Die Ideen, wir sind sehr kreativ, wir nehmen also kein blab, 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 blab. Wir sind sehr kreativ und freuen uns über jede Veranstaltung, auch wenn sie etwas abgehoben, abgeschoben, verrückt ist, ganz egal. Alles ist willkommen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Manager und Handwerk passt dir nicht so, oder? Manager und Handwerk könnte passen, wenn man manchen Dingen einfach auch ganz genau arbeiten muss. Das machen ja die Handwerker auch. Und so ein Kulturmanager muss ganz schön viel machen. Und wenn es die schnöde GEMA-Meldung ist, wo man jeden einzelnen Titel melden muss, furchtbar, aber muss sein. Du machst ja nicht nur Veranstaltungen, sondern auch Pressearbeit. Aber das ist doch gar nicht mehr zeitgemäß. Es hat sich verschoben. Ich würde es schon noch als zeitgemäß bezeichnen. Es läuft viel unter Social Media und in den Kanälen ab, aber die Presse ist trotzdem wichtig, weil wir natürlich nicht nur unsere Zielgruppe ansprechen wollen, sondern natürlich auch Eltern, Lehrer. Und in dieser Generation ist so die Tageszeitung durchaus noch, ja, was wert. Was sagst du dazu, dass Pädagogen nur quatschen und nichts machen? Also vom Grundsätzlichen her würde ich sagen, das stimmt zu 98,5 Prozent. Im Haus ist es aber auch so, dass wir total nette Pädagogen und Pädagoginnen hier haben und es total Spaß macht, mit denen zusammen zu arbeiten, wenn sie halt nicht manchmal so viel quatschen würden. Bist du genauso unordentlich wie die Pädagogen? Ich würde mich jetzt nicht als unordentlich bezeichnen. Ich bin sehr genau und manchmal sogar ein bisschen späßig. Eins noch. Magst du Mandalas? Ich mag Mandalas total gerne, sind sehr entspannend. Man kann sie schön zeichnen. Ich habe selber auch schon welche gemacht, auch mit Blütenpollen. Das macht richtig Spaß. Das ist so wochenlange Arbeit, wenn man es richtig macht und dann auf einmal zerstören. Das hat was. Und jetzt? Ja, jetzt habt ihr hoffentlich ein bisschen Lust auf diesen Bereich bekommen auch. Veranstaltungen im Kupferdächli. Gerne hören wir von euch auch eure Ideen. Einfach mal mich anrufen oder eine Mail schicken, wie auch immer. Kontaktdaten findet ihr überall. Und wir freuen uns auf jede verrückte Veranstaltung, die wir hier im Kupferdächli umsetzen können, damit es euch Spaß macht. Das ist echt hart, die Frage.